So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe noch mal einen Epilogue Booster von Marsch of the Machine Aftermath. Die Epilogue Booster, diese 5 Karten Booster, gehen ja relativ zügig von der Hand. Ist ja ähnlich wie die Promopacks. Und ja, gucken wir mal rein. Copper Code, Vengar, 200, 2, 2. Jeder Human kriegt plus 1, 0 und what? 1. Geile Karte. So eine Hammer, Hammer, Hammer Karte. Ich spiele die manchmal im Pionier. Je nachdem, mit Human habe ich ja einen Pionier, wenn ich mal einen Lord brauche oder so, ein bisschen mehr Agro brauche. Hammer. Und das Ward 1 ist so stark gegen Removal Heavy Decks. Das ist wirklich so, so eine gute Karte. Ist die gut. Tolarian Contempt, 5-Mana Enchantment. Wenn ihr das Spiel verkommt, legen wir einen Rejection Counter und eine Kreatur, die der Gegner kontrolliert. Und zu Beginn des End Steps für jeden Gegner suchen wir eine Karte, die er mit dem Rejection Counter kontrolliert, aus. Und der legt sie oben aufs Deck. Hm. On each creature your opponent's control. Uh, auf jede Kreatur, die die Gegner kontrollieren. Und zum Beginn jedes End Steps kann man eine Karte davon backhauen. Goll. Geil. Dann haben wir, äh, unsere Rea. Tranquil Thrill Back. Dramana 3-3. Wenn der Spielwerk kommt, kann man ein grünes bezahlen, bis zu dreimal. Und immer wenn man das macht, kann man einen dieser Fähigkeiten aktivieren. Das Stroll-Target-Faktor Enchantment. Äh, exil eine Karte aus dem Frieden. Und er kriegt vier Leben. Okay, das heißt, wir können für sechs Mana einen 3-3 haben. Hm. Aber er kriegt keine Plus 1-1-Mana. Das ist nicht so geil. Okay. Dann haben wir Pianana Console of Revival aus, äh, Feuil. Das sind jetzt 2-Mana, 2-3. Toptas haben Eile. Und immer wenn man ein Land aus dem, oder eine andere Karte aus dem Exile castet, kriegen wir einen 1-1-Toptar. Sehr cool. Dann haben wir ein Undercity Upheaval, 3-Mana-Sorcery. Wir, ähm, distributieren x-1-Marken und dann blieb die Anzahl an Karten, wobei x die Anzahl an Kreaturenkarten im Friedhof ist. Wenn wir diesen Spiel casten, ähm, Kreaturen kriegen, was im Kreaturen dazu ist. Das ist strong. Je nachdem, wann das kommt. Dann haben wir noch Inkubator, Phyrexian. Und schauen sie mir damit durch. Die gehen relativ zügig und relativ schnell. Finde ich aber nicht schlimm. Äh, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.